Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und eine junge Frau ist heute bei mir. Da lacht sie schon im Hintergrund und freut sich. Die, glaube ich, in Fulda eine ganz, ganz wichtige Rolle schon immer inne hatte. Ich kenne sie noch als Schulleiterin der Richard-Müller-Schule. Da sind wir uns auch das erste Mal in Kontakt getreten. Da war ich zu Gast in deinem Podcast und habe ihn damals auch unterstützt in der Entstehung. Aber du hast den Trailer mit mir gemacht. Zuerst hast du mich interviewt. Vollkommen richtig, stimmt. Und jetzt schließt sich doch ein weiterer Geist. Heute interviewe ich dich wieder. Heute bei mir, Claudia Hümmler-Hille. Hallo, Claudia. Ja, hallo, Shaggy. Schön, dass ich da sein darf. Ich habe es schon gesagt, du warst auch Schulleiterin in der Richard-Müller-Schule und ganz, ganz viele andere, auch gerade Vereins ehrenamtliche Aufgaben, die du aktuell inne hast. Du bist ja in Rente gegangen vor einiger Zeit. Vor zwei Jahren, ja. Also anderthalb im August 2022. Ja, um mehr Zeit auch zu haben. Allerdings, so wie ich dich kenne und einschätze, so viel Zeit mehr hast du gar nicht. Naja, sagen wir mal so. Das ist alles so ein bisschen wellenförmig. Und momentan ballt sich sehr, weil ich auch bestimmte Aufgaben, auf die wir bestimmt noch kommen, momentan halt gerade mache. Und ich denke mal so, bis zur Europawahl wird das ein bisschen mehr und dann wird es wieder ein bisschen abflachen. Europa ist ein gutes Thema, da reden wir auch gleich drüber. Ich erinnere mich auch noch an die letzte Ausgabe eures Schul-Podcasts, Rims an R hieß der. Da habe ich dich ja auch nochmal interviewt und das wurde sehr emotional. Das fand ich echt ein sehr schöner Moment. Na ja, gut, Shaggy. Ich habe 18 Jahre diese Schule geleitet und da war schon auch sehr viel Herzblut von mir drin. Und das gibt man dann nicht so leicht auf. Obwohl ich sagen muss, also es waren schwere Zeiten, also so emotional, das ist überhaupt keine Frage. Ich habe mich sehr über meine ganz tolle Verabschiedung gefreut, die also wirklich auch sehr wertschätzend war seitens der Schulgemeinde, aber auch von meinem Netzwerk, was ich so aufgebaut habe innerhalb dieser Tätigkeit und mit den Strukturen, die da halt da waren, die ich halt dann auch noch ausgebaut habe. Und das ist sehr wertschätzend auch rübergekommen, alleine von den Gästen, die da waren und von dem, was sie gesagt und mitgebracht haben. Das hat einen sehr, sehr bleibenden und sehr, ja, einen Eindruck gemacht, der, womit es heute noch warm ums Herz wird, wenn ich da dran denke. Und das hat auch sehr getragen. Und auch die Kollegen haben mir einen sehr schönen Abschied bereitet. Und ich muss dann aber auch sagen, ich hatte, was heißt Angst hatte ich nicht davor. Ich bin niemand, der sich langweilt. Sowas kenne ich eigentlich nicht. Und ich hatte ja am Donnerstag gab es die Verabschiedung, am Freitag gab es Ferien. Und am Sonntag habe ich meinen Welpen geholt, elf Wochen alt, die Romy, die du ja auch schon kennst, die ja jetzt fast zwei Jahre wird im Mai. Und die hat uns natürlich dann auch schön beschäftigt. Und ja, und dann hatte ich halt erst mal die zwei Hunde. Und das Ganze musste sich auch erst mal ein bisschen konsolidieren. Dann habe ich viel gelesen und zum Malen bin ich zum Beispiel erst gar nicht gekommen. Da habe ich auch eine ganze Weile gebraucht. Und dann war auch letztes Jahr sehr stark standen unter dem Eindruck von familiären Ereignissen, die vorbereitet werden sollten und so weiter. Ja, also ich, wie gesagt, Langeweile kenne ich nicht. Und es hat mir, ich kann jetzt nicht sagen, dass mir was gefehlt hat. Ich fand, ich habe diesen Freiraum, den es mir jetzt eröffnet hat, den habe ich genossen, genieße ich immer noch. Denn das, was ich jetzt mache, mache ich freiwillig. Und das macht mir sehr viel Freude. Ich denke, da ist sehr viel, für mich sehr viel Sinnhaftes drin. Und deswegen, auch wenn es momentan so ein bisschen in Arbeit ausartet, aber das wird dann auch wieder weniger. Und dann stehen wieder andere Dinge im Fokus. Und diese Freiheit, die habe ich jetzt. 18 Jahre warst du Schulleiterin an dieser Schule. Damals, als es so weit wurde, war es ja auch was Besonderes für Fulda-Verhältnisse. Du als Frau, dann Schulleiterposition. Erzähl mal, wie schwierig die Zeit damals war. Naja, das war ja nicht nur, dass ich als Frau eine so eigentlich, ja, damals so zweitgrößte Schule. Zwischenzeitlich waren wir dann die größte und eine der größten Schulen Hessens geleitet habe. Hinzu kam ja noch, dass ich ja auch Philologin bin. Also ich bin ja Gymnasiallehrerin und ich habe von 1991 bis 1999 als normale Kollegin da gearbeitet. Und bin dann ja erstmal an die Steinschule gegangen und habe da auf der Abteilungsleiterebene auch gearbeitet. Habe den Fachbereich 2 koordiniert, was historisch-politische Bildung, Religion gehört da noch drunter, Ethik und so, halt im Wesentlichen umfasst. Und ja, und dann bin ich halt da rübergegangen als Schulleiterin und das war natürlich nicht unumstritten. Und viele haben das sehr skeptisch gesehen. Ich habe mir da nicht so viele Gedanken gemacht, weil ich gedacht habe, das wird schon irgendwie, ja, sonst hätte ich das auch gar nicht machen können. Und ich wusste schon, dass da so einige sagen, jetzt kommt die und die war immer so blöd oder das oder wie auch immer. Oder die hat doch gar keine Ahnung, wie will die denn Berufsschulunterricht bewerten, beurteilen, solche Sachen. Das war natürlich, aber was mir ja geholfen hat, war einfach die Tatsache, dass ich damals schon mit dem damaligen Schulamtsleiter, Herrn Vater, die politische Bildung, auch gymnasial, also da wurde das Fach umbenannt in Politik und Wirtschaft und ich habe mit dem Herrn Vater zusammen die Fortbildung koordiniert, um die Kolleginnen und Kollegen, die Politik unterrichtet haben, die das ja in der Regel nicht im Studium schon, ja, also belegt hatten oder dafür sich speziell Wissen in Fachrichtung Wirtschaft haben aneignen können, dass sie so ein bisschen nachgeschult werden. Und dadurch hatte ich halt auch schon starke Kontakte und deswegen habe ich gedacht, auch das wird schon. Und ja, es war nicht immer einfach, aber ich muss sagen, es ging einfacher, als ich dachte. Und man muss natürlich auch, ja, man darf halt nicht so ein Strohhalm im Wind sein, dass man gleich umknickt, wenn irgendwas ist. Also man muss auch ein bisschen mal was verkraften können. Und man hat ja auch noch eine Schulleitung und das hat natürlich auch eine Weile gedauert, bis sich das etabliert hat, aber das ist in jeder Führungsstruktur so, wenn jemand Neues kommt, dann muss er erstmal sich auch so eine Art Anerkennung halt schaffen. Und das hat ein paar Jahre gedauert, dass das so eine Selbstverständlichkeit wurde, aber das ging eigentlich dann sehr gut. Du hast dir da auch eine tolle Position erarbeitet, viel verändert, viel passiert auch, nicht nur an der Richard-Müller-Schule. Wie war es denn für dich, dann wirklich Abschied zu nehmen und zu sagen, so, die Zeit ist vorbei, sie war schön, ich gehe jetzt? Naja gut, es war schon so die Hoffnung, dass da von dem, was ich da, ja, halt angefangen habe, was ich, also mir war zum Beispiel immer wichtig, dass der Schüler im Mittelpunkt steht, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, dass wir wertschätzend und respektvoll miteinander umgehen und dass auf dieser Basis einfach auch Lernen möglich ist, dass es halt eben auch Lernen, Lehren und Lernen eine Atmosphäre braucht, wo man sich angenommen fühlt und dass dann eben auch das Lernen und auch das Lehren funktioniert. Das ist ja auch für die Lehrerinnen und Lehrer genauso wichtig, wenn jemand eine Lehrperson eine Klasse hat, wo sie spürt, dass die sie nicht annimmt, dann kann die auch nicht gut performen. Ja, also dann ist die auch verkrampft und denkt, oh Gott, hoffentlich sind die 45 oder 90 Minuten bald rum und so darfst du, sollte es halt möglichst nicht sein. Und da so eine Atmosphäre zu schaffen, dass jeder irgendwie so das Gefühl hat, man ist angenommen und dass das dann einen positiven Effekt auf das Ganze halt hat, ja, das war mir sehr wichtig und das, jetzt muss ich sagen, war das auch ein Glück, dass das doch eine relativ lange Phase war, sodass vieles, was ich dann initiiert habe, was auch nicht von Anfang an immer so klar war, vieles hat sich natürlich mit der Zeit erst rauskristallisiert als Thema, wo man gesagt hat, so da muss man jetzt dran gehen, dass das halt auch Früchte tragen konnte. Und mein Stellvertreter, der hat ja so die Eröffnungsrede bei meiner Verabschiedung gehalten und der hat 17 Projekte aufgeführt, die ich halt noch so als Schulleiterin halt betrieben habe, was natürlich irgendwie sehr viele dann doch sehr erstaunt hat. Aber ja, das Zimmer war auch alles miteinander verbunden. Also neben dieser Ich, ja, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, möglichst das zu tun, was für die Schülerinnen und Schüler und für die Lehrpersonen halt gut ist und aber auch eine umfassende Bildung, und zwar umfassende Bildung, dass ich zum Beispiel auch gesagt habe, wir brauchen, wir müssen über den Tellerrand schauen, wir brauchen eine politische Bildung, die mehr macht, als nur was der Lehrplan vorsieht, sondern ein bisschen Aktualität, dass wir auch Leute reinholen, dass wir uns positionieren als Schule, zum Beispiel Schule ohne Rassismus zu sein, dass wir das auch nach außen tragen, dass wir dann, weil das nach außen und nach innen ja wirkt. Und ich muss sagen, ich habe gestern Abend zum Beispiel, bin ich nochmal darauf angesprochen worden, weil ich bei SI, da kommen wir bestimmt nochmal drauf, bei Suroptimist International gestern kurzen Vortrag über meine Tätigkeiten auch schon gehalten habe. und habe dann eben auch gesagt, dass es sehr wichtig war für mich, den Menschen eben in den Vordergrund zu stellen und eine gute Atmosphäre herzustellen. Und danach kam eine Schwester, so nennen wir die, zu mir und hat gesagt, ja, meine Tochter war bei euch auf der Schule und das stimmte tatsächlich, die hat sich bei euch gut entfaltet und ja, hat gerade auch diese, der Umgang untereinander gut gefallen. Und das, ja, das war mir halt einfach wichtig. Wie sehr vermisst du diese Arbeit an der Richard-Müller-Schule? Ja, ich denke, genau das sage ich, eigentlich habe ich am Eingang schon gesagt, weniger als ich gedacht habe. Ja, also, weil ich denke, irgendwann, ja, ne, der Kuh geht halt so lange zum Kuhn, bis er bricht und ich bin noch nicht gebrochen, aber ich denke, es hat dann auch gereicht. Es ist natürlich auch etwas, was sehr viel Kraft kostet. Vielleicht aber auch, weil du wenig Zeit hast, auch so richtig darüber nachzudenken. Aber da kommen wir gleich dazu. Bei dir fangen wir auch ganz vorne an. Du bist nicht in Fulda geboren, du bist in Aschaffenburg geboren, aber in Fulda dann aufgewachsen. So sieht es aus. Wieso ging es nach Fulda? Wie kam das? Ja, das war eigentlich ganz einfach. Heute kann man das ja sagen. Ich bin 1955 geboren und war ein uneheliches Kind. Ja, weil meine Mutter, die war damals noch nicht volljährig. Da ist man ja noch mit 21 volljährig geworden und sie war 20, als sie mich bekam. Und die wollte meinen Vater heiraten und meine Großeltern haben es nicht erlaubt. Und meine Großmutter hatte eine Schwester in Aschaffenburg und die hat dann ihre Tochter um sie vor den etwas abschätzigen Blicken und Kommentaren, die in den 55er Jahren Klima hier einfach da war, so ein bisschen zu schützen halt auch. Und deswegen bin ich in Aschaffenburg geboren, bin aber noch im Säuglingsalter. Dann sind wir zurückgekommen, meine Mutter und ich. Und dann bin ich hier aufgewachsen. Wie sehr schätzt du Fulda ein? Fulda hat sich ja auch im Laufe der letzten Jahrzehnte unglaublich nochmal verändert. Wie sehr magst du Fulda, deine Heimatstadt? Mittlerweile sehr. Als ich hier aufgewachsen bin und Abitur gemacht habe, da habe ich gedacht, nicht sieh weg, weil ich fand es damals noch sehr eng. Und Fulda hat sehr profitiert von der Wende einfach, in die Mitte Europas katapultiert geworden zu sein. Und auch wenn man jetzt, ich habe das in meinem Podcast jetzt auch immer mal wieder schon erwähnt, wenn man jetzt durch Fulda geht, dieser mediterrane Flair, der jetzt überall ist, das gab es früher nicht, dass da Stühle auf der Straße standen, dass man draußen irgendwie Kaffee getrunken hat oder sowas. Das gab es nicht. Das war einfach alles, spielte sich alles hinter verschlossenen Türen ab. Und also diese Öffnung, ich sehe das auch symbolisch als eine Öffnung, dass man ein Stück weit das Leben auch nach draußen trägt und sagt, ich bin so, wie ich bin und akzeptiere das. Und das finde ich, das ist natürlich auch so ein bisschen Zeitgeist, aber das ist jetzt auch hier möglich. Und dafür hat Fulda sehr viel Flair einfach, sehr viel Charme. Du hast es gerade schon angedeutet, du hast Fulda nach dem Abitur, einer Marienschule, hast dein Abitur gemacht, verlassen. Da war dir erstmal gleich, geh erstmal raus aus Fulda. Hast du gedacht, du kommst zurück? Nein. Nein, habe ich nicht. Habe ich tatsächlich nicht. Ich war dann auch erstmal nach dem Studium, ich habe dann mein Raffanajat in Darmstadt gemacht und habe dann mit meinem damaligen Freund, jetzigen Mann in Offenbach und Frankfurt gelebt und habe da auch meine ersten beiden Kinder bekommen. Habe in der Volkshochschule und beim Goethe-Institut gearbeitet, was ja auch sehr gut war, weil ich damals so einen Schwerpunkt hatte in Deutsch als Fremdsprache. Das war, sagen wir mal, für mich eine ziemlich naheliegende Variante, weil ich ja Deutsch, Englisch und Politik studiert hatte und als jemand, der Deutsch, ja, so einigermaßen kann, sage ich mal. Und als jemand, der Englisch unterrichtet, also eine fremdsprache, didaktische Erfahrung hat, kann man das, glaube ich, ganz gut. Und ja, und das habe ich ja nachher, als die InteA-Klassen kamen, also die Geflüchteten 2015 ja in größeren Mengen kamen und wie ich ja in InteA aufgebaut habe, ist mir das zugute gekommen. Ja, und dann bin ich aber, dann gab es ja Anstellungsstopp. Also ich bin ja 1984 fertig geworden mit meinem zweiten Staatsexamen. Da war ja dann erstmal ein Stopp, Einstellungsstopp. Und 1991 wurde ich dann, bekam ich ein Angebot nach Fulda. Und das habe ich tatsächlich angenommen, weil unter anderem auch deswegen mal meine Großmutter, die mich großgezogen hat, mittlerweile schon gebrechlich in der Phase, der schon in, ja, so im Übergang zur Demenz war. Und ich habe die dann, ja, und da habe ich gedacht, es ist einfach besser, wenn jemand vor Ort ist, weil sonst war ja niemand mehr da. War dir dein, um zu deinem Beruf jetzt nochmal zurückzukommen, war dir von Anfang an klar, dass in diese Richtung willst du irgendwie gehen oder hattest du noch einen anderen Traumjob? Lehrer wollte ich eigentlich nicht mehr. Ja, nein, wollte ich nicht. Ich war so ein bisschen planlos. Sowas wie berufliche Orientierung gab es ja auch nicht. Wir hatten mal so ein berufliches Orientierungsgespräch am Arbeitsamt. Und das lief aber eher so ab, wir brauchen Krankenschwestern, wollen Sie nicht Krankenschwester werden und nicht, was stellen Sie sich vor, wo sind Ihre Stärken, weil ich gesagt habe, nee, das war ja gar nichts. Also da hat sich natürlich auch viel geändert. Aber wir reden jetzt über die Zeiten damals, 74. Und ja, und dann habe ich erst mal Jura studiert, ein Semester. Und dann habe ich immer gemerkt, dass mir das nicht so gefällt, obwohl ich da noch eine Arbeit geschrieben habe und bei den Juristen eine 3 plus gekriegt habe. So aus dem Stand ist ja bei den Juristen in Marburg war das eine sehr gute Note. Aber ich habe gesagt, nee, und dann habe ich mich darauf besonnen, was ich in der Schule ganz gut konnte, das war Deutsch und Englisch, und habe das erst mal studiert. Und dann habe ich mir überlegt, ach, Magister, das ist kein anerkannter Abschluss, machst du da ein Staatsexamen? So, und dann habe ich das Erststaatsexamen gemacht, da habe ich mir gedacht, na, das ist jetzt auch immer noch halbfertig, machst du noch das Zweite? Und ja, und ich muss sagen, es hat auch im Referendariat ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis ich, bis dahin habe ich mir am Tag zehnmal überlegt, dass ich wieder aufhöre. Geändert hat sich das in dem Moment, wo ich irgendwann mal alleine vor der Klasse stand und gemerkt habe, dass da ein Funke halt irgendwie überspringt und dass mir das Spaß macht. Und von da an konnte ich das Ganze auch ganz anders betrachten. Ja, und dann war ja erst mal Arbeitslosigkeit, also wurden ja keine Lehrer eingestellt, wie gesagt, nah, mal verneiert. Und dann bin ich halt in die Erwachsenenbildung. Und das hat im Nachhinein meinen Horizont halt sehr geweitet, mit Deutsch als Fremdsprache, mit Englisch. Ich habe auch so Bildungsurlaube durchgeführt, Deutsch für Deutsche gemacht und sowas. Also ganz verschiedene Bereiche auch. Ich habe mehrere Lehrbücher auch mit einem Kollegen geschrieben. Und das hat einfach so den, und dann war ich ja noch im Goethe-Institut. Das hat schon sowohl in dem breiten fachlichen Spektrum als auch in der Methodik und so hat das natürlich den Blick etwas geweitet. Wir haben es ja schon angedeutet, seit der Pensionierung hast du dich sehr engagiert in verschiedenen Vereinen, kulturellen, politischen Bereichen. Aber einen Verein, den gab es schon länger, schon weit vor der Pensionierung, Verein Zukunftsbildung Fulda e.V. Da bist du seit über 20 Jahren mittlerweile Vorsitzende sogar. Erzähl mal ganz kurz, auch über diesen Verein, wo ich auch Mitglied bin übrigens. Ja, Schegi, sehr schön. Da habe ich mich sehr gefreut, über dein Begehren, Mitglied zu werden. Über diesen Verein haben wir auch einige Kontakte in letzter Zeit gehabt. Genau, so sieht es aus. Der Verein Zukunftsbildung Fulda e.V., Region Fulda e.V. hieß der früher. Wir haben jetzt den Titel geändert. Der war ganz ursprünglich, war der mal der Förderverein der Lehrerfortbildung, die sich am Heinrich- und Verbiberplatz befand, wo jetzt das Studentenwohnheim drin ist. So, und dann wurde der aber neu gegründet, nachdem die Lehrerfortbildung ja quasi keine Örtlichkeit mehr hatte, sondern ins Schulamt dann umgezogen ist. Und dann war eine Weile Helmut Seemann dann der Vorsitzende. Und ich sage mal, die Fäden im Hintergrund hat schon immer der Dr. Imhoff gezogen. Und nachdem der Helmut dann gesagt hat, eigentlich hat er keine Zeit mehr dazu. Und ich Schulleiterin wurde, hat er mich gesagt, ist das nicht was für dich? Weil dem war es immer wichtig, dass man so ein bisschen auch Strukturen und Kontakte und Netzwerke hat. Und das hat man als Schulleiter oder erwirbt sie sich. Und dann habe ich das, glaube ich, wir haben es neulich versucht zu eruieren. Ich habe es immer noch nicht nachgeguckt, aber es müsste so 2005, 2004, 2005. Es war relativ schnell nach der Übernahme. Ja, und seit der Zeit mache ich das. Und das ist eine sehr schöne Geschichte. Wir befördern darüber, ich würde mal sagen, drei Leitprojekte. Bei dem ersten Leitprojekt haben wir auch eine starke Verbindung. Das erste sind einfach die Schultheatertage, die ja jährlich unter einem bestimmten Motto stattfinden. Und wo also dann Schauspieler oder Theaterpädagogen halt mit Klassen dann zu bestimmten Themen, dieses Jahr war es Respekt, halt was entwickeln mit den Klassen zusammen. Was sie dann so ein paar Minuten, das weißt du besser als ich, dann eben auch auf der Bühne zeigen. Und das ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit für die Schülerinnen und Schüler, so sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, die Wertigkeit von solchen Dingen auszuprobieren. Wie ist das, wenn es zum Beispiel, wenn ich keinen Respekt bekomme, aber Respekt einfordere, das funktioniert eigentlich nicht. Also so einfach so eine Selbstreflexion auch anzuregen und im Unterricht auch umzusetzen. Das machen wir zusammen im staatlichen Schulamt. Das wird auch betreut vom staatlichen Schulamt inhaltlich. Aber die gesamte Abwicklung der Orga, die läuft über uns. Also Finanzierung und dergleichen mehr. Das ist ein Projekt, was so ein Leuchtprojekt ist und was ja in diesem Jahr Schultheatertage zum 36. Mal stattgefunden hat. Und seit letztem Jahr bist du dabei. Ja, also zumindest als Pädagoge. Ich war ja als Schüler sogar schon etliche Male dabei. Ach so. Unter anderem, also gestartet damals in meiner alten Schule, Konrad-Adenauer-Schule, war ich damals dabei. Und jetzt durfte ich in diesem Jahr auf der gleichen Bühne, auf den Brettern wie Welt bedeuten, das erste Mal selber unterrichten. Und dort, wo ich angefangen habe, wirklich regelmäßig Theater zu spielen. Das war für mich in diesem Jahr was Besonderes. Okay, das heißt, dass wir mit unserem Angebot so ein bisschen deinen Lebensweg angeschubst haben? Ich würde das tatsächlich behaupten, weil ich glaube, ich habe schon noch ein bisschen früher regelmäßig angefangen, Theater zu spielen. In der zweiten Klasse das erste Mal. Aber ich glaube, so richtig Berührung mit außenstehenden Theaterpädagogen hatte ich wirklich bei den Schultheatertagen. Das muss 1991, 1992 sowas gewesen sein. Da ging es eigentlich so richtig los. Da habe ich Feuer gefangen. Das heißt, ihr wart maßgeblich mitverantwortlich für meine Entwicklung. Ja, das war dann eher der Michael. Also so viel zur Wirksamkeit, sehr schön. Ja, das zweite Projekt, das steht jetzt wieder an. Wir fahren am 27. April nach Weimar. Eine Weimarfahrt, die eigentlich schon seit der Wende stattfindet. Also seit vielen, vielen Jahren in dieser Regelmäßigkeit. Meist im Frühjahr, so April, Mai. Und diese Fahrt bereitet Dr. Immer vor, zusammen mit der Klassikstiftung, mit der Weimarer Klassikstiftung. Und die schlagen eigentlich auch immer. Die haben ja jedes Jahr so ein Hauptthema, so ein Überthema. Und jetzt dieses Jahr schauen wir das Goethe-Haus, was renoviert wurde. Und das Goethe-Archiv nochmal neu an und gehen ins Nietzsche-Archiv. Das ist jetzt was ganz Neues. Das sind immer ganz tolle Fahrten. Wir waren auch schon in Jena, in Meining, so Stationen, wo Goethe, Schiller oder wie auch immer, halt da ihre Spuren hinterlassen haben. Das ist immer eine sehr schöne Fahrt. Die organisieren wir. Und dann auch noch ein ganz großes Leitprojekt, was dann auch tatsächlich mein Baby ist, ist Literatur im November. Was wir immer am Toten Sonntag quasi die Auftaktveranstaltung haben. Ich lade acht bis zehn Autorinnen und Autoren ein, die an dem Sonntagabend, so ab 18 Uhr, in der Mensa der Richard-Müller-Schule, in einer schönen, geschmückten Ambiente, noch mit der Begleitmusik von den Ritchies, der Lehrerband der Richard-Müller-Schule, so ein bisschen auch noch so Literatur und Musik halt, ein schönes Weinchen dazu und einer schönen Atmosphäre, stellen sich die Autoren, Autorinnen der Öffentlichkeit vor mit kurzen Passagen, weil es sind ja mehrere. Und dann gehen die in den nächsten beiden Tagen, Montag und Dienstag, in die Schulen des Schulamtsbezirks. Und meistens sind das so um die 40 Lesungen, die ich organisiere. Ja, das sind so die drei großen Projekte. Und dann hat der Michael ja noch sein jüdisches Leben, seine verschiedenen Publikationen, seine Ausstellung, wo er ja immer noch sehr, sehr rege ist. Und das läuft auch alles über den Verein. Zum Teil laufen da auch Finanzierungen drüber, weil gerade wenn man so Subventionen, so Förderungen, das darf ja nicht über Privatkonten gehen, sondern das muss ja über gemeinnützige Vereine gehen. Und wenn da halt förderungswürdige Projekte sind, dann laufen die auch zum Teil über uns, wenn das jemand an uns heranträgt. Dann haben wir immer mal Vorträge auch gemacht, das zur Bildungspolitik oder wie auch immer, was sich so halt angeboten hat. Das ist ein bisschen weniger geworden. Aber in diesem Jahr werden wir eine Lesung haben. Am 28.08. an Goethes Geburtstag wird die Sophia Mott, die ja jetzt auch schon öfter in Fulda gelesen hat und jetzt auch hier ansässig ist, wird in der Fonda-Au-Kapelle, wird die aus ihrem neuen Buch Goethe und die Frauen lesen. Da freue ich mich schon drauf. Ja, das Sophia Mott, übrigens auch ein interessanter Gast hier für Fulda Kultur. Ja, auf jeden Fall. Dr. Imhof habe ich auch schon eingeladen. Der wird auch in den nächsten Wochen, Monaten mal hier zu Gast sein. Ja, schön. Da freue ich mich drauf über diese Sophia Mott. Das ist bestimmt auch nochmal eine gute Idee. Lass uns noch zu einem anderen Verein kommen, wo du dich auch engagierst seit deiner Pensionierung. Smog e.V. Auch das eine total wichtige Arbeit. Erzähl mal, worum es da genau geht. Nee, also Smog e.V. erstmal ganz witzig. Der Erwin Maisch gilt ja so ein bisschen als Menschenfänger und der hat dann so ungefähr so ein halbes, dreiviertel Jahr vorher vor meiner Pensionierung mich angehoben und hat gesagt, Claudia, du gehst doch in Pension, komm bei uns in den Vorstand. Und ich konnte gar nicht mehr Nein sagen, weil ich habe mit Smog e.V. schon auch einiges immer, ich habe es ja vorhin schon gesagt, politische Bildung war mir sehr wichtig, auch für die gesamte Schule, Schule ohne Rassismus. Und da kommt man natürlich an Smog e.V. nicht vorbei, weil Smog e.V. ist ja ein Verein, der vor allen Dingen in der Prävention unterwegs ist, der Kinder stark machen will, sich richtig zu verhalten. Wenn sie zum Beispiel angesprochen werden von dubiosen Leuten, die sich lernen zu wehren, die aber auch sich stark machen, dass man nicht gleich mit der Faust drauf trischt, wenn irgendein Konflikt ist, sondern versucht das eben auszuhandeln bis hin zu, ja, dass man halt dann Vertrauenspersonen hinzuzieht, wenn man es alleine nicht regelt, aber eben doch auf einer zivilisierten Ebene halt das versucht, da zu regeln. Und Smog e.V. richtet sich eigentlich eher an Jüngere. Deswegen waren unsere Berührungspunkte nicht so häufig, wie es eigentlich vom Thema und Prävention, weil Gewaltprävention, habe ich ja vorhin schon gesagt, wertrespektvoll. Ich habe ein starkes Unterstützungssystem noch aufgebaut, dass Kollegen, die sich dann für den Bereich Interessierten haben, fortbilden lassen, dass die auch kompetent waren, um einzugreifen und auch zu wissen, wie weit kann ich helfen und wann muss ich mir Hilfe holen. Das ist ja das ganz Entscheidende, es darf ja nicht übergriffig werden. Solche Sachen, also das hat sich so ein bisschen, also diese Themen, die haben uns vereint, aber eigentlich ist die Orientierung auf kleinere Klassen. Gerade die haben ja jetzt dieses Programm Cool & Safe, was auch über EDV also digital abrufbar ist, was es in ganz vielen Sprachen gibt, mittlerweile in ukrainisch. Also die machen da eine unglaubliche Arbeit und sammeln Gelder ein und gucken halt wirklich auch, die machen übrigens auch Theaterarbeit zusammen mit den Herzfeldern im Festspiel. Da laufen auch so Kooperationen mit Klassen. Da ist Mock auch noch in der Finanzierung mit dabei. Also es geht darum, Kinder stark zu machen. Und ja, aber wie gesagt, auch das eine oder andere Thema war dann schon auch das, ja, zum Thema Extremismus haben sie dann auch schon Themen gehabt, die dann uns betreffen, wo man dann gesagt hat, also das ist auch für unsere Klientel sehr wichtig und da sind auch die für einen oder für anderen Veranstaltungen auch gemeinsam mit Smock gelaufen. Also eine Sensibilisierung über die rechte Szene? Über die rechte Szene, über Extremismus generell, aber ja, in letzter Zeit eher über die rechte Szene, weil die momentan die virulentere ist, sagt man jedenfalls. Gut, links hat sich jetzt auch mal wieder gemeldet, aber ja. Ja, rechte Szene, die Problematik dessen und die Gefahren für Europa sind auch ein anderes Thema, denn wir kommen jetzt auch zu einer weiteren Position. Du bist jetzt mittlerweile auch Vorsitzende der Freunde des Museums hier, des Vondau-Museums. Zweite. Zweite Vorsitzende. Zweite Vorsitzende, genau. Und gerade hier in Verbindung zu Pulse of Europe und der aktuell auch laufenden Ausstellung. Vielleicht dazu ein paar Worte. Ja, Aschegi, das ist auch wieder witzig. Es, denke ich, sind auch so ein bisschen die Früchte von der Arbeit, die ich vorher gemacht habe, denn ich habe irgendwann einen Brief bekommen von einem Herrn Klaus Becker und Vorsitzende der Freunde des Museums, ob ich nicht ihre Vorstandsarbeit unterstützen wollte. Ich kannte weder den Verein noch den Klaus W. Becker. Ich kannte den Klaus Becker. Ich dachte, ich habe ihn dann angerufen. Das wusste ich gar nicht und duze ihn. Da sagt er, wieso duzen wir uns? Wir kennen uns doch gar nicht. So, also das war so ganz witzig. Also Kulturarbeit, ja, das interessiert mich. Natürlich habe ich auch in meiner Lehrerfortbildungsepisoden das eine oder andere ein bisschen Museumspädagogik gemacht und pädagogische Vermittlung. Ich denke, da bin ich auch schon ganz geschickt. So, und da habe ich gesagt, ja, mache ich gerne. Und dann hat mich ein anderer, dieser andere Klaus Becker angehoben und gesagt, hier bin bei Pals of Europe, hatten wir auch schon Berührungspunkte, sowohl, dass er Kollege an der Ferdinand-Braun-Schule war, als auch, dass er für Pals of Europe sich immer engagiert hat und bei den letzten Europawahlen auch mehrfach bei uns in der Schule war und da in Europa-Cafés und wie auch immer mit den Schülern ins Gespräch zu kommen. So, und das war jetzt so ein bisschen, also, dass beide Organisationen auf mich zukamen. Ich habe gesagt, ja, also von der Au-Museum bin ich jetzt Mitglied, also Freunde und bei Pals of Europe habe ich gesagt, gut, so projektmäßig mache ich auf jeden Fall mit und da geht es jetzt ja um die Vorbereitung der Europawahl. Und dann hat sich herausgestellt, dass wir jetzt da diese Ausstellung oder das von der Au-Museum zusammen mit Pals of Europe und Europe Direct diese Ausstellung, Europa, Fulda und ich, halt auf die Beine gestellt haben im letzten Jahr. Die Eröffnung war jetzt vor kurzem und das ist ja eine Ausstellung, wunderbar, 26 Menschen aus der Region, normale Alltagsmenschen, wie du und ich, von verschiedenen Alters, verschiedener Hintergründe, zum Teil auch europäisch stark, weil sie, was weiß ich, aus Griechenland, aus Italien oder sonst wo sind oder eben verschiedene Berufe von der Schneidermeisterin bis zum Lkw-Fahrer, vom Arzt bis zum Verbraucherschützer. Da ist eigentlich fast alles dabei. Und die stehen mit ihrem Bild, der Walter Rammler hat die Fotos gemacht und das sind wunderbare, große, lebensgroße Porträts, die also da in Lebensgröße dastehen. Und er hat auch die Menschen in ihrem beruflichen Kontext fotografiert, wirklich künstlerisch sehr gelungene Aufnahmen und die stehen mit ihrem Bild und aber auch mit dem Text dafür ein, wie die Europäische Union ihren Alltag beeinflusst. Und das ist, muss man sagen, im Wesentlichen positiv. Da sind verschiedene Politikbereiche, die da abgedeckt werden. Ein Politikbereich ist immer wieder der, dass die Friedenssicherung da ist, ja, also dass Europa eben als, ja, als Friedensgarant gesehen wird. Und die Europa ohne Grenzen und zwar sowohl reisend Schengen oder sowas als auch die Freizügigkeit für Personen, Dienstleistungen und Waren, ja, dass das eben einen großen Vorteil bringt. Und natürlich kommt auch mal die überbordende Regulierung oder Bürokratie zur Sprache. Das ist ja ganz klar. Aber welche Beziehung ist hundertprozentig glücklich? Und da muss man wahrscheinlich auch nochmal die Waage finden. Also es sind positive und natürlich auch ein paar negative Aspekte. Aber die reden halt darüber, wie diese Aspekte ihren beruflichen Alltag auch mitstrukturieren oder ermöglichen erst. Ja, und das finde ich ein ganz spannender Ansatz, weil schon so dieses Gefühl ist, dass man Europa, irgendjemand hat ja mal gesagt, also Erfolge werden nationalisiert und Misserfolge, da zeigt man mit dem Finger auf Brüssel und das ist ja ganz oft so. Ja, und das ist eigentlich, da muss man sich nicht wundern, wenn dann so eine Missstimmung und auch und die schon wieder und die Bürokratie von oben und also, dass so eine Gefahr halt besteht, dass jetzt bei der nächsten Europawahl, wo jetzt auch gerade die Unzufriedenheit sehr groß ist, über die Gründe wollen wir jetzt, glaube ich, nicht sprechen, dass da eben so Denkzettelwahlen gemacht werden und dass dann Kräfte gestärkt werden, die nicht europafreundlich sind. Und das wäre, glaube ich, eine ziemliche Katastrophe. Und leider ist das ja nicht nur bei uns so. Also die Menschen haben so ein bisschen vergessen, was der Junker ja mal gesagt hat, wer an Europa zweifelt, sollte Soldatenfriedhöfe besuchen. Das alleine ist schon ein Projekt, um nicht auseinanderzubrechen. Und diese Ausstellung, die lädt halt ein, weil es sind 26 Porträts und das 27. Porträt ist der Spiegel. Und der Betrachter sieht sich selber und kommt automatisch in die Situation, sich zu fragen, wie ist das denn für mich? Und das natürlich analog der 27 Mitgliedstaaten, darf man auch nicht vergessen. So, und dazu haben wir auch ein pädagogisches Begleitmaterial für die Schulen gemacht, weil es sind 5,1 Millionen Schülerinnen und Schüler, also ab 16, die jetzt aufgerufen sind, Erstwähler, also ohne zu gehen, Erstwähler zu sein. Und dass man die so ein bisschen aufmerksam macht, so ein bisschen bewusst, dass man ihnen bewusst macht, was alles, was sie als selbstverständlich betrachten, eben gar nicht so selbstverständlich ist, sondern dass es eben Europa geschuldet ist. Und darüber einfach so ein Bewusstsein zu wecken und sich einfach zu überlegen, was wähle ich denn jetzt wirklich? Und also mir macht diese TikTok-Schulungen, die machen mir Angst, muss ich tatsächlich sagen. Neben diesem pädagogischen Begleitmaterial, was du gerade angesprochen hast, besteht deine Mitarbeit und Wirkung auch an den begleitenden Podcasts. So sieht sie aus. Genau. Wie sehen die aus? Wo kann man die hören? Wer ist da zu Gast? Ja, wer ist da zu Gast? Das sind vor allen Dingen die Porträtierten. Da habe ich jetzt, ich glaube, es sind 16. Einige haben wir schon im Kasten, die einfach das, was sie da in ihrem kleinen Text da geschrieben haben, so ein bisschen erläutern können. Warum und weshalb sie für Europa stehen, was ihnen gut gefällt, wie ihnen Europa mit seinen Strukturen geholfen hat, das zu werten, was sie sind, aber auch vielleicht auch behindert hat an der einen oder anderen Stelle oder was sie vielleicht auch nervt. Es gibt auch immer wieder Leute, die sagen Standards, es ist eine Überregulierung, man sollte mehr schauen, dass man, ja, also dass man Incentives setzt, also Anreize schafft, das zu tun, aber nicht bis ins Letzte regulieren. Solche Sachen, aber die haben dann Gelegenheit eben das so ein bisschen zu erklären und wir haben jetzt auch schon einige im Kasten und die sind zu hören auf allen bekannten Podcast-Plattformen wie Apple, RTL Plus, Spotify, Amazon und auch auf den Homepages der beteiligten Institutionen. Und ich werde auch noch, unter anderem ja auch dich, Jackie, aber ich habe den OB schon eingeladen, es gibt schon einen Termin. Also ich will noch so ein paar Personen, die hier in der Region Verantwortung tragen, auch zu ihrem persönlichen Bezug zu Europa befragen, aber auch was sie meinen, was, ja, wie Fulda jetzt explizit, wie die Region hier von der Europäischen Union halt profitiert. Da werde ich auch zum Beispiel den Dr. Gebhardt befragen, den IHK-Präsidenten habe ich schon einen Termin gemacht. Angefragt ist der Thorsten Krämer als erster Handwerksmeister und so ein paar, die mir wahrscheinlich noch der Ulf Brüdigam, der Leiter der Freier vom Steinschule als Europaschule. Dich habe ich angefragt als Künstler, das finde ich auch mal so eine ganz spannende Perspektive. Ja, und da werden sich noch die einen oder anderen, die Liste ist noch offen, sage ich mal. Aber das wird dann so, wir haben so Release-Daten montags und freitags sozusagen, haben wir jetzt so angedacht, ja. Das heißt, es gibt die Podcasts auch schon? Die sind schon abrufbar und zwar unter dem Stichwort Europa, Fulda und ich oder mein Fulda, mein Europa, da müsste man sie eigentlich finden. Ja, auf jeden Fall mal reinhören, nur zu empfehlen und auch die Ausstellungen besuchen, definitiv auch das. Ja, und die Ausstellung, die soll ja wirklich auch dazu ermuntern, eben pro-europäisch dann auch zu wählen, ja, auch für den ganz normalen Betrachter. Und es gibt auch ein ganz, ganz tolles Begleitprogramm zur Ausstellung und eben auch von Pulse of Europe gibt es jetzt auch eine Kampagne, die wirklich da zum Teil auch auf dem Uniplatz am 5.5. und am 2.6. sind große Kundgebungen auf dem Uniplatz geplant, wo also eben dann auch die Menschen nochmal aufgefordert werden, ihr Verhältnis zu Europa zu klären und zu sagen, ja, das ist mir wichtig, das möchte ich. Und egal wie ihr wählt, wählt pro-europäisch. Das ist quasi die Aufforderung. Sehr schön. Eine letzte Sache möchte ich noch ansprechen. Du hast es schon mal angedeutet, du bist auch Mitglied bei Soroptimist International Fulda. Was genau ist das und was genau machst du da? Ja, also Soroptimist International ist eine Vereinigung, die, also das ist ein NGO eigentlich, die sitzen auch in der UNO. Das ist eigentlich eine Vereinigung von berufstätigen Frauen, die Frauen unterstützen möchten auf der ganzen Welt, empowern, wie auch immer, in ihren Tätigkeiten, in ihren Ausbildungen. Und was haben wir als Soroptimist International haben wir hier eben Club Fulda. Und da bin ich gefragt worden, das ist jetzt auch, ja, es ist nicht so ein Verein, wo man sagt, ich möchte Mitglied werden, sondern da wird man gefragt. Das ist schon eine Ehre, da aufgenommen zu sein. Und ja, die engagieren sich halt in verschiedenen Projekten dann für Frauen. Wir haben zum Beispiel eine Frau, die hat in ihrer Berufstätigkeit, hat die in Uganda viel gewirkt und hat da junge Mädchen in die Lage versetzt, über berufliche Bildung, dass die zum Beispiel eine Schneiderlehre machen konnten und dass die dann ihr Leben jetzt selbstbestimmt auch, ja, führen können, weil sie eben ein Einkommen haben. Solche Projekte unterstützen wir. Oder wir haben eine AG Bildung, die ich dann auch übernommen habe, mitgeleitet habe, wo wir junge Frauen, meist Geflüchtete, die im Zuge von 2015 und später hierher kamen, versucht haben, so ein bisschen zu unterstützen bei ihrer Integration. Und wenn die halt, ja, Unterstützung, also Unterstützung brauchen alle, da muss man natürlich, kann man, das ist ein bisschen Zufallsprinzip von dem, was man halt weiß. Aber da war zum Beispiel eine junge Frau dabei, die ist sehbehindert, aber die ist ganz alleine hier und die ist so unglaublich positiv und so unglaublich engagiert und ambitioniert, ihr was zu werden. Und die wird es auch. Und der haben wir es zum Beispiel ermöglicht, dass die ein Laptop bekommen hat, damit die halt, nein, kein Laptop, ein Tablet bekommen hat, damit die halt beim Sehen von Texten und so halt unterstützt werden kann. Weil dann kann man, wenn die Texte eingespielt ist, sie kann sich es vergrößern, sodass sie es besser lesen kann und so. Solche Möglichkeiten. Also wirklich junge Frauen zu unterstützen bei ihrem beruflichen Werdegang. Das ist so das, was wir, und da werden sich immer mal, oder Solvodi haben wir jetzt unterstützt. Habe auch immer wieder Unterstützung, auch von der Richard-Müller-Schule, die Frau Bonja-Brasop, die Kollegin, hatte ja dieses Jahr ein wunderbares Theaterstück. Weiß nicht, ob du das gesehen hast, Shaggy? Hast du das mal gesehen? Ja, ich war nicht bei der Aufführung mit dabei, aber ich war im Vorfeld, ja bei der Entwicklung, habe ich ein paar Mal mit reingeschaut. Also das war ja wirklich eine ganz tolle Geschichte. Weißt du noch, wie es hieß? Das war ein Titel, also da ging es auf jeden Fall um die junge Iranerin, die von, von nach einem, von ihr abgelehnten Heiratsantrag, von ihrem verschmähten Verlobten das Säure ins Gesicht gegossen bekam. Und ja, und sie hat ihn dann verklagt und dann sollte eher ein Auge geopfert werden. Aber sie war ja blind und dann hat sie ja durchgekämpft, dass er beide Augen dann auch opfern müsste nach diesem Prinzip, dessen Name mir auch gerade nicht einfällt. Wie auch immer, auf jeden Fall hat sie ihn dann ja begnadigt. Aber dieses, dieses, dieses Spiel, das war so unglaublich intensiv. Und die haben zum Beispiel, und Solvodi ist ja ein Verein, der also Menschen hilft, Frauen hilft, die also auch gerade im internationalen Bereich von Flüchteten auch, die von Zwangsehen bedroht sind oder auch von häuslicher Gewalt und dergleichen mehr. Und die haben zum Beispiel dann, die Theatergruppe hat dann einstimmig beschlossen, dass sie ihre Erlöse für uns, also für einen Seroptimist international spendet, die das dann weitergegeben hat, eins zu eins zu Solvodi. Solche Sachen, die man, weil ich versuche ich auch immer noch mal ein bisschen mit zu unterstützen, wenn ich es mitkriege. Aber ganz, ganz wichtiges Stück, selten. Also ich habe ja nur ein paar Ausschnitte gesehen, so einen eindrucksvollen DS-Kurs auch gesehen. Grüße an die Marina und ihren DS-Kurs. Ja, werde ich ja sagen, wenn ich es immer wieder sehe, sehe ich es ja auch nicht mehr häufig, aber das war unglaublich schön, ja. Vollkommen richtig. Ja, wir sind schon fast am Ende des Podcasts angekommen, liebe Claudia. Das haben wir sehr viel erfahren. Ich denke mal, es gibt noch zahlreiche andere Projekte. Die private Claudia, wenn sie mit ihrem Hund auch unterwegs ist, auch das total, total schön. Aber wir werden sicherlich noch die ein oder andere Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Wir sind erstmal durch für heute. Jeder Gast bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen für unsere Playliste bei Spotify. In welchen Song hast du dir denn ausgesucht? Ja, ich bin halt ein alter Tina Turner Fan und habe auch zu meiner Verabschiedung von unserer Lehrerband mir gewünscht, das Lied Simply the Best zu bekommen. Und das wünsche ich mir heute auch, weil es gehört zu meinen wirklich absoluten Lieblingssongs und da würde ich mich drüber freuen. Ja, auf jeden Fall kommt das für die Plätze. Sehr schöne Idee. Passt ja auch sehr, sehr gut zu dir. Vielen Dank für die Zeit. Ich danke auch, Shegi. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und ich möchte Sie einfach nochmal ermutigen, sich diese Ausstellung anzuschauen. Europa, Fulda und ich, sie ist wirklich sehr, sehr gelungen und überlegen Sie sich gut. Wählen Sie proeuropäisch, unterstützen Sie die Arbeit, denn es ist das größte Friedensprojekt und das ist einfach die Grundlage von allem, die wir haben. Selbst bei allen Unzufriedenheiten, darüber kann man reden, aber wir brauchen, wir dürfen unsere Basis nicht zerstören, den Ast, auf dem wir sitzen, nicht absägen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.